Liebe Studierende, willkommen zur neunten Videoübung des Semesters. Thema der Videoübung ist Fotoeffekt und Materiewelle. Tatsächlich werden wir uns mit dem Prinzip des Fotoeffektes und deren Folge und die Idee der Materiewelle nach der Bräule auseinander setzen. Erstens die physikalische Situation. Angegeben ist eine metallische Platte, in unserem Fall ist es eine Rubidiumplatte, für welche die Austrittsarbeit bekannt ist. Und dazu gibt es dann eine Lichtquelle eines Lasers und mit der elektromagnetischen Strahlung, also mit dem Licht des Lasers, bestrahlen wir diese Rubidiummetallische Platte. Und wir wissen, das haben wir im Experiment und bei der Vorlesung gesehen, dass mit Licht kann man Elektronen aus der metallischen Platte Foto anregen. Man kann das heißt Elektronen befreien, wenn natürlich meine Lichtquelle eine geeignete Frequenz, sprich eine geeignete Wellenlänge besitzt. So dann, wenn Licht absorbiert ist, in gewissen Situationen kann man dann Elektronen befreien. Diese Elektronen können dann in diese Potentialdifferenz, gegeben durch eine Hochspannung UB, beschleunigt werden in diesem Raum, sodass wenn die Elektronen aus dem Lok hier rauskommen, bewegen sie sich dann im freien Raum mit einer konstanten Geschwindigkeit V. Das ist die experimentelle Situation. Bevor wir überhaupt zur ersten Frage gehen, können wir erstens ein bisschen die Idee des Fotoeffektes rekapitulieren. Und zwar wollen wir die Erklärung von Einstein nochmals anschauen. Wir können das Material als Energieloch verstehen. Das kann ich so skizzieren. Und zwar, wir betrachten hier eine Energieachse E und setzen wir das Energienullpunkt genau an diesem Punkt. Das heißt, in diesem Loch, in diesem Topf, sitzen dann meine Elektronen oder die Elektronen des Materials genau an Boden. Und die Differenz zwischen dieser Energie und Energie Null ist tatsächlich die Austrittsarbeit V. Das heißt, die Austrittsarbeit ist die minimalste nötige Energie, um Elektronen aus dem Loch zu befreien. Das heißt, um Elektronen Foto zu emittieren. Die Elektronen brauchen natürlich diese Menge von Energie. Diese Menge lässt sich liefern beim Licht. Das heißt, die Materialien können Licht absorbieren und mit dem absorbierten Licht, mit dem absorbierten Energie lassen sie sich dann Foto anregen. Und das erfolgt tatsächlich mit Hilfe von Photonen. Die Photonen sind Quanten der elektromagnetischen Strahlung. Es sind Paketen von Energien und nach Einstein, der eben das Teilchencharakter des Lichtes eingeführt hat. Ein Paket von Energie eines Photons ist die Planck'sche Konstante mal die Frequenz µ der Lichtquelle. Jetzt, wenn so ein Paket von Energie absorbiert wird, ein Elektron kann erstens sich befreien. Das heißt, ein Teil dieser Energie wird benutzt, um die Austrittsarbeit viel zu kompensieren. Und wenn das Elektron Foto angeregt wurde und vom Material befreit wurde, was übrig bleibt von dieser gesamten Energie, ist dann umgewandelt in sogenannte kinetische Energie. Das wäre dann die Bewegungsenergie des Elektrons. Deswegen, der Fotoeffekt nach Einstein lässt sich beschreiben mit einer Energiebilanz. Das heißt, die Energie des Photons, geliefert von einer Lichtquelle, zum Beispiel von einem Laser, ist dann gleich die Austrittsarbeit. Diese minimalste Energie, um überhaupt Elektronen zu befreien. Und dazu noch, was übrig bleibt, das wäre dann die restliche Energie, die kinetische Energie des befreiten Elektrons. Und jetzt können wir nach dieser Rekapitulation der wesentlichen Konzepte des Fotoeffektes, können wir die erste Frage A diskutieren. Gefragt ist hier, welche Wellenlänge darf der Laser höchstens haben, um noch Elektronen aus dem Metall herauszuschlagen. Die Frage hier ist ein bisschen tricky. Man kann die gleiche Frage auch anders darstellen, und zwar man kann sich fragen, welche ist die minimalste Energie des Photons, damit überhaupt mein Elektron sich befreien lässt nach einer Fotoanregung. Und das wissen wir, diese minimalste Energie ist die Planck'sche Konstante mal die Frequenz und die soll gleich die Austrittsarbeit. Jetzt aber müssen wir uns erinnern, dass Frequenz mal Wellenlänge ist gleich Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, zwischen Frequenz und Wellenlänge entsteht eine inverse Proportionalität. Deswegen die minimalste nötige Energie, das heißt die minimalste nötige Frequenz der Lichtquelle entspricht einer höchstens Wellenlänge für die gleiche Lichtquelle. So, in anderen Worten können wir für die Frage A folgende schreiben. Ich brauche eine minimale Energie, das heißt die Energie des Photons muss mindestens größer gleich die Austrittsarbeit sein. Das ist aber gleich zu schreiben, dass H mal C durch Lambda muss größer gleich Phi, das heißt dann die höchste mögliche Wellenlänge muss kleiner sein, dann als H mal C geteilt durch die Austrittsarbeit. Und das ist tatsächlich was man verlangt, was gefragt wurde in der ersten Frage A. Dann können Sie selber die numerische Auswertung durchführen. Wir können jetzt zur Frage B gehen. In der Frage B kennen wir die Lichtquelle, das heißt kennen wir vom Laser die Wellenlänge. Nochmals, Laser sind sehr starke monochromatische Lichtquellen. So, in der Frage B haben wir die Wellenlänge des Laser, das ist diese Lambda Gamma, das ist genau 405 Nanometer. Und hier möchte man berechnen, wie groß ist die kinetische Energie des befreiten Elektrons mit dieser Lichtquelle, mit dieser Wellenlänge bei diesem Punkt. Und zwar, wenn die Elektronen vom Loch rauskommen, bewegen sie sich mit einer konstanten Geschwindigkeit v, das heißt die photoangeregten Elektronen bilden so einen Strahl von Elektronen und können wir, wie wir eigentlich in der Vorlesung schon diskutiert hatten, können wir so einen Strahl von Elektronen auch einen Wellencharakter zuteilen. Das heißt, nach de Broglie gibt es auch für Materie einen Dualismus und zwar Teilchen können ein Teilchen oder einen Wellencharakter besitzen. Genauso gleich wie bei der ursprünglichen Überlegung von Einstein im Zusammenhang mit Licht. Licht hat tatsächlich einen Wellencharakter allgemein, aber für die Erklärung des Worteffektes kann man auch dazu einen Teilchencharakter zuschreiben. So schlussendlich in der Frage B wird es gefragt, nicht nur die totale kinetische Energie des Elektrons in diesem freien Raum, aber auch die entsprechende Wellenlänge, wenn wir das Elektron, wenn wir diese Teilchen als Materiewelle betrachten. Und jetzt hier kommt ins Spiel auch die Tatsache, dass das Elektron wurde befreit mit dieser Wellenlänge. Diese Wellenlänge natürlich nach dieser Formel entspricht auch eine Frequenz, Gamma, sodass die Photonen des Laser, dieser Lichtquelle, haben dann eine Energieplanche-Konstante mal µ-Gamma. Diese Energie wird dann tatsächlich benutzt, um die Austrittsarbeit zu kompensieren und was übrig bleibt, ist dann die kinetische Energie des Elektrons. Die kinetische Energie des befreiten Elektrons ist dann gleich die Energie des Photons minus die Austrittsarbeit. Jetzt aber, diese befreiten Elektronen werden noch beschleunigt wegen der Potentialdifferenz zwischen Rubidiumplatte, die in dieser Anordnung als Kathode wirkt, und meine Anode. Die Beschleunigung erfolgt, wie gesagt, wegen der Potentialdifferenz geliefert bei dieser Spannung UB. Die totale Energie des Elektrons an diesem Punkt ist dann tatsächlich gleich die kinetische Energie nach dem Photoeffekt und dazu noch die Energie wegen der Beschleunigung mit dieser Spannung UB. Jetzt, wenn wir diese totale Energie kennen, können wir aus dieser totalen Energie den Impuls PE berechnen, das haben wir auch in der Vorlesung gesehen, das ist klassisch berechnet, zweimal die Masse des Elektrons mal diese Energie NU. Und wenn wir jetzt die Komponente des Impuls kennen, also wenn wir den Impuls selber kennen, dann können wir nach der Broglie die entsprechende Wellenlänge berechnen des Elektrons in diesem freien Raum. Tatsächlich, wir wissen, dass die Elektronen mit dem Wellencharakter lassen sich dann beschreiben mit einer Materiewelle mit der Wellenlänge des Elektrons gleich dem Verhältnis zwischen Planche Konstante und dem Impuls des Elektrons selber. So, das haben wir hier berechnet und dann können wir sofort die entsprechende Wellenlänge auch erruieren. So, mit dieser Übung konnten wir uns tatsächlich mit zwei wesentlichen Konzepten der Quantenphysik, der modernen Physik, uns auseinandersetzen. Einerseits haben wir erstens die Möglichkeit gehabt, den Fotoeffekt zu erklären nach Einstein. Einstein hat den Fotoeffekt mit einer Energiebilanz erklärt, so konnten wir noch verstehen, die Bedeutung hauptsächlich der Austrittsarbeit, diese minimalste nötige Energie, um eben die Elektronen zu befreien. Wenn noch Restenergie vorhanden ist, was dann übrig bleibt, geht in diese kinetische Energie. Und dann konnten wir in der Frage B auch die Idee von de Broglie anschauen. Das heißt, ein Strahl von Elektronen verrät sich auch wie eine Welle. So, bei Teilchen kann man auch eine Welle zuschreiben und die entsprechende Wellenlänge der Materiewelle ist eben so definiert. Ist Planche Konstante geteilt eben durch Impuls. Jetzt in diesem Fall, die Elektronen zusätzlich zur kinetischen Energie aus dem Fotoeffekt, bekommen noch eine zusätzliche Energie aus der Beschleunigung in diese Potentialdifferenz. So, das ist die totale Energie der Elektronen im freien Raum und das ist der Impuls, den eben die Elektronen tatsächlich charakterisiert. Und daraus können wir sofort die Wellenlänge berechnen. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Übung, stehe ich sehr gerne zur Verfügung während der Vorlesung. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.